Box ist gefallen. Box ist gefallen. Alter, will der mir fassen? Ja, ich hab da ein bisschen drauf geschossen, aber jetzt geht's. Jetzt denk ich nur, ich bring dir an die perfekten Witter jetzt. Jetzt bin ich gestorben, weil ich aber nur zu weit auch draußen war. Nee. Nee, ich mach jetzt gleich erst mal Schluss. Okay. Okay. Ich hab mich ja gemerkt. Ja. Ich hab nur kurz was nichts gemacht. Du, ich bin in Ruhe. Ich mache jetzt mal vor heute Schluss. Ich sage immer danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Anziehen zu schauen. Wenn es euch gefällt, wisst ihr was zu tun ist. Und... Ja... Wir sehen uns wieder morgen.